Steht die US-Geldpolitik vor einem Paradigmenwechsel? Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Im Rahmen der Bekämpfung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen, vor allem auch der Verunsicherung rund um die Corona-Maßnahmen, haben wir eine spektakuläre Hand-in-Hand-Aktion von US-Finanzministerium und US-Notenbank gesehen. Die Liquidität ist exorbitant angestiegen. Und im Rahmen dieser Anstiege der Liquidität und auch der Maßnahmen der Staaten und Notenbanken haben wir auch gesehen, dass sich Vermögenspreise stark erholt haben. Wir sehen hier in gelb dargestellt den Leitindex im US-Aktienmarkt, den S&P 500. Wir sehen in weiß dargestellt einen globalen Liquiditätsindikator. Und vereinfacht gesprochen könnte man hier sagen, eine steigende Liquiditätsversorgung sorgt für steigende Vermögenspreise gemessen am Aktienmarkt. Und nun haben wir in der vergangenen Woche gesehen, dass diese Liquiditätsversorgung sich wieder reduziert. Dementsprechend wäre es auch normal zu erwarten, dass der Aktienmarkt sich hier in den Rückwärtsgang befindet. Das Ganze wird natürlich auch unterstützt, wenn wir auf verschiedene Kennzahlen schauen. Das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt eher auch einen teuren Aktienmarkt an. Weiteres Substanzwert-Indikatoren wie beispielsweise TobinQ zeigen etwas ähnliches. Dazu kommt es, wenn wir beispielsweise wie hier dargestellt den Anteil der Aktien am Finanzvermögen der Haushalte betrachten. Das tendenziell immer dann, wenn die Aktienquote relativ hoch war, dann waren die Renditen in den nächsten 10 Jahren am Aktienmarkt zumindest für die USA niedriger. Sie können das hier glaube ich ganz gut nachvollziehen. Auch in der Vergangenheit hier mal knapp 30% Aktien. Die Renditen in der Folgezeit waren eher niedrig. Wir sehen, dass im Rahmen der Tech- und Internet-Bubble auch hoher Anteil der Aktien die Renditen in den nächsten 10 Jahren entsprechend niedrig. Und nun sehen wir 37% Aktienanteil. Auch das würde, wenn man dieser Analogie folgen möchte, für niedrige, vielleicht sogar negative Renditen in den nächsten 10 Jahren für den US-Aktienmarkt sprechen. Also dieses Thema natürlich mit einer großen Relevanz, weil die US-Aktien in den globalen Indizes im MSCI World und anderen einen sehr hohen Anteil ausmachen. Das liegt an der marktkapitalisierungsgewichteten Berechnungslogik. Von daher macht es natürlich schon Sinn zu hinterfragen, wo genau stehen wir aktuell und was können Anleger nun aus dieser Situation gewinnen. Zunächst gilt es sich klarzumachen, dass die US-Notenbank-Bilanz erstmalig in ihrer Geschichte oberhalb der 8 Billionen Dollar Grenze notiert. Sie können das hier dementsprechend nachvollziehen. Das ging etwas unter im Nachrichtenreigen, beziehungsweise bei den Interpretationen dessen, was die US-Notenbank kommuniziert hat. Aber ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, weil auch das müssen wir sagen. Es ist ja nicht so, dass die US-Notenbank voll auf die Bremse getreten hat, sondern man hat entsprechend seine Kommunikation verändert. Aber ich glaube, uns ist klar, der Arbeitsmarkt steht im Fokus und wenn die Wirtschaft die Notenbank braucht, dann wird sie auch da sein. Also das zur strategischen Einordnung, aber taktisch für die Kapitalmarktteilnehmer stellt sich natürlich die Frage, was macht man nun konkret daraus? Wir sehen vor allem auch, dass das Auswirkungen hatte natürlich auf den Dollar. Der ist entsprechend angestiegen, beispielsweise gegenüber dem Euro und auch gegen anderen Währungen. Aber interessant natürlich hier die Renditen. Sie sehen hier die Renditen für die 10-jährigen Staatsanleihen 1,45%. Für die 2-Jährigen hier unten die 0,25%. Und wenn wir nun die Differenz betrachten zwischen den 10- und den 2-Jährigen, dann sehen wir, dass diese sich verringert. Warum? Wenn die Zinsen am kurzfristigen Ende ansteigen und im langfristigen Bereich nach unten kommen, dann wird die Differenz eben geringer. Und wir müssen uns klar machen, dass das natürlich auch impliziert, dass man Zinssteigerungen erwartet. Auch das passt natürlich etwas zur Kommunikation der Notenbank und auch weiteren Äußerungen, die man jüngst gehört hat. Aber dass wir im langfristigen Bereich sehen, dass die Renditen zurückkommen. Warum ist das vielleicht auch ganz plausibel? Naja, das hat damit zu tun, dass die Inflationserwartungen fallen. Sie sehen hier dargestellt, das Ganze in Türkis für die USA, je 2,24%. Und da stellt sich natürlich bei vielen Anlegern die Frage, warum fallen die Inflationserwartungen? Wir haben doch jüngst spektakuläre Inflationswerte gesehen. 5% für die USA und das erscheint unlogisch. Aber das Risiko, was glaube ich die Marktteilnehmer gesehen haben, war, dass die US-Notenbank in ihrem Fokus auf die Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt unterschätzt, dass die Inflation ansteigen kann, dass das Ganze aus dem Ruder gerät, dass man dann irgendwann eben zu stark bremsen muss, dass die Inflation überschießt. Und nur mit dem Statement der Notenbank in der vergangenen Woche hat man gezeigt, dass man die Inflation auch im Blick hat, dass man gegebenenfalls von dieser All-it-takes-Mentalität auch abweichen kann. Und dementsprechend weniger Stimulus heißt weniger Inflationsgefahr, weniger Inflationsgefahr heißt fallende Inflationserwartungen und dementsprechend sind die Marktreaktionen, was hier die Renditen angeht, durchaus plausibel. Also von daher vielleicht ein Aspekt zu sagen, die Quoten im Rahmen der Vermögenstruktur hier etwas anzupassen, wo sie durch die gestiegenen Aktienkurse eine Aktienquote haben, die über dem liegt, was zu ihrer strategischen Positionierung passt. Oder wo der Anteil Value-Aktien in Relation zu Marktkapitalisierungsgewicht und Logik zu groß ist. Auch hier gilt es vielleicht mal anzupassen. Insgesamt die große Frage, wie sieht die Struktur meiner Long-Duration Assets aus? Also sprich, wie sieht es mit den Technologieaktien in Relation zu Gold und zu Immobilien aus? Deswegen auch immer der Blick hier auf die strategischen Quoten. Natürlich wichtig, weil eins ist glaube ich klar, es ist sehr schwierig mit sehr aktiven Anlageentscheidungen einen deutlichen Mehrwert zu bringen. Zu große Transaktionen sollte man vermeiden. Von daher das strategische Rahmenwerk ist natürlich hier immer wichtig, um sich entsprechend zu positionieren. Ich glaube aktuell ein ganz guter Zeitpunkt, die ein oder andere Positionierung zu überdenken, die strategischen Quoten in den Kontext zu setzen und dann entsprechend Anpassungen vorzunehmen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.